Modernes Facility Management bedeutet zukünftig nicht nur ein Gebäude optimal zu betreiben, zu warten und instand zu halten, sondern auch eine stetige Verbesserung der Energieeffizienz zu gewährleisten. Das Enalutec-System von Billfinger HSG-FM ist hier das Tool der Zukunft. Dieses System ist ein innovatives Instrument für die energetische Optimierung eines Gebäudes im Facility Management. Das aus der Praxis geborene Metering und Monitoring-System ist bei Gebäuden jeder Art anwendbar. Ganz gleich, ob es sich um ein Produktions- oder Verwaltungsgebäude handelt, ein Krankenhaus oder eine Schule. Smart Meters und Smart Grid werden erst so richtig smart, wenn sie intelligent gemanagt werden. Das Enalutec-System arbeitet zentral auf einer hochperformanten Datenbank und ist per Webbrowser weltweit erreichbar. Vollautomatisch und dezentral bietet das Enalutec-System ausgefeilte Möglichkeiten zur Aufzeichnung, Visualisierung und Dokumentation aller Energie- und Medienverbräuche jedes Gebäudes. Anhand detaillierter Analyse- und Reporting-Funktionen macht das Enalutec-System den energetischen Fingerabdruck Ihres Gebäudes sichtbar. Mit dieser analytischen Hilfe identifizieren Sie schnell Einsparpotenziale und schaffen die Basis für einen energieoptimierten Betrieb. Dem Enalutec-Benutzer stehen individuelle Zugriffsmöglichkeiten und ein individuelles Nutzermanagement zur Verfügung. Im Kostenmanagement erhalten Sie beispielsweise Kostenübersichten und Ranglisten zu den Verbräuchen aller gemanagten Liegenschaften. Als User mit Umweltaufgaben bekommen Sie genaueste Statistiken und Grafiken zum CO2-Ausstoß. Enalutec hilft mit seinen flexiblen Bausteinen den energetischen Betrieb jedes Gebäudes zu optimieren, auch des Ihren. Fragen Sie uns und erleben Sie die Partnerschaft mit Billfinger HSG FM. So wird modernes Facility Management nachhaltig und energieeffizient.